Auf dem Festspielgelände hat sich das Publikum inzwischen eingefunden. Von dort ist Anke Neuzerling zugeschaltet. Wissen die Leute schon ein bisschen, was sie erwartet? Ich glaube, das Publikum lässt sich wie jedes Jahr überraschen. Mein Eindruck ist, es ist total entspannt hier. Alles wieder sehr festlich in den Abendroben. Die Herren auch in ihren besten Anzügen. Man trinkt ein Gläschen Sekt, man nimmt ein Glas Wein und lässt sich einfach mal überraschen. Aber was heute Abend geboten wird, ist wirklich außergewöhnlich. Es werden alte Zöpfe radikal abgeschnitten. Man erkennt die Original-Nibelungensage, wie die Leute sie eigentlich so kennen und wie das Publikum sie liebt, nicht mehr wieder. Alles wird, ich möchte mal sagen, auseinandergerissen und neu zusammengesetzt. Bei mir ist jetzt der Geschäftsführer der Nibelungen-Festspiele, Sascha Kaiser. Sie haben ja die Proben verfolgt und alles mitverfolgt. Glauben Sie, dass das Publikum in Worms, das ja doch sehr konservativ ist und traditionell so ein modernes, junges Stück zu schätzen weiß? Ich hoffe es natürlich. Und ich glaube es auch. Weil die Wormser, aber wir haben natürlich auch überregionales Publikum, aber sie lassen sich in der Regel auf was Neues ein. Es werden neue Sehgewohnheiten gefordert. Es ist eher sehr bilderlastig. Es kommt ein Bild nach dem anderen. Wir haben natürlich einen gewissen Nibelungen-Erzählstrang oder die Edda, letztendlich die skandinavische Version des Nibelungen-Lieds. Aber ich glaube, dass die Wormser sich darauf einlassen werden. Und ich glaube, dass heute dieses Stück anders wahrgenommen wird, aber auch angenommen wird. Deswegen, weil Sie gerade die Edda erwähnt haben, also das nordische Nibelungen-Lied sozusagen. Da heißt Siegfried dann auch Sigurd. Daher kommt der Name und Brünnhild, die Walküre bleibt Brünnhild, wie ein Nibelungen-Lied auch. Aber was haben Sie denn für einen Eindruck von dem Team? Das ist ja jung und divers. Und ja, was ganz anderes mit wenigen Stars eigentlich. Was ganz anderes von der Intention her, von der Absicht her. Also ich finde gerade dieses junge Ensemble, diese Energie, die dort auf der Bühne in den Proben entstanden ist, ist sehr bemerkenswert. Also ich war öfters bei den Proben und ich habe selten so eine gute Stimmung gesehen. Auch ein Entwicklungsprozess. Also ich habe auch, diese Schauspielerinnen haben sehr viel mitgewirkt an der Entstehung des Stückes. Natürlich mit Pinar zusammen. Und natürlich gibt es die Fassung von Maria. Pinar Carabulo, die Regisseurin. Und die Regisseurin, es ist ein sehr starkes Miteinander gewesen. Wir haben hier eine sehr junge Regisseurin. Und da war auch so eine Wechselwirkung, wie das Stück entstanden ist. Und ich glaube, das ist anders als in den letzten Jahren, dass es so, ich sage mal, eine mehr Teamleistung war. Dann bin ich mal gespannt, wie das Publikum das Ganze aufnimmt. Vielen Dank, Herr Kaiser. Sie werden es wahrscheinlich auch gespannt verfolgen. Und wir werden natürlich weiter beobachten, wie das Publikum reagiert auf dieses außergewöhnliche Stück, das heute Abend geboten wird. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.